Hallo! Hallo! No! Nicht die Granatentypen wieder! Shit! 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 Da hing ich fest! Die Waffe ist Schmutz! Weil die nämlich fast leer ist! Okay! Hoho! Ich glaub das war nice! Kommt schon Jungs! Wo habt ihr eure Waffen versteckt? Das ist eine Schrotze! Die möchte ich nicht! Die haben bloß diese Waffen! Die ist noch voll! Kommt noch ein paar Bierchen! Die können wir uns gönnen! Take that! Ich brauche meinen Arfen wieder! Okay! Da ist... Ja! Ich kam da nicht durch man! Das... War auch sehr schlau! Shit! Oh! Oh! Shit! Ohohoho! Da kamen einfach gleich alle! Zumindest sind die weg! Alles gut! Da habe ich mich jetzt etwas erschrocken! Ohohoho! Ohohoho! Leute! 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 Was macht ihr da mit uns? Was macht ihr da mit uns? Oder mit mir? Ihr habt dich alles selbst umgebracht! Alter! Ohohoho! Ohohoho! Oh shit! 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 Ich habe keine Waffe mehr! Ich brauche noch mal ein Bier! Hässlicher Tentakel! Ihre Hentai-Dreams werden wieder wahr. Alter, Level Clear 8. 33 von 33. Alter, die Demo geht echt lange. Level 9 schon. Meine Waffe ist, so gesagt. Schon wieder leer. Der Junge war auf dem Klo. Und im Klo hat es eine Kamera gehabt. Krank. Kranke Bastarde. Und einfach die Hose runtergelassen. Oh. Das war jetzt nice von mir. Oh shit. Da sind recht viele drin. Alte. Wieso sind hier zwei Klos auf... ...in einem? Check ich nicht. Ich geh mit dem Bier. Dieses Bild. Aber da gab es auch noch eine Tür. Okay, hier war bloß so ein Typ drin. Okay. Den habe ich... Ja. Er konnte übersprungen. Die Base. Okay, das ist doof. Gibt es hier keinen Energy Drink? Ich bin nicht... Ich bin nicht... Ich bin nicht... Hier mit der Schrotze. Oh nein. Irgendwas. Ein Energie-Drink, bitte. Die ist leer. Das war's für dich, Junge. Oh! Level clear. 34 von 41? Nee. Retry. Habe ich was verpasst? Geht mir die Knalle. Alter! Sitzt doch nicht aufm Klo! Was ist mit dir passiert? Geht? Und da bin ich einfach vorbeigelaufen. Aber drüben geht's noch hin. Shit! 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 Was war das denn für den Voice Crack? Ich bin dran. Komm keep here. Ich bin dran. Mit dir reden, was war ja. Es geht's nicht. Ich bin dran. Komm, man muss ein bisschen austesten, was so möglich ist. Alter, du lebst noch, Junge. Puh. Das ist scheiße, was soll das? Shit, ich wollte ein Bier trinken. Nee, nicht ein Energy, ein Bier. Ja, und jetzt? Yes. Ach so. Ach so. Ja gut. Das sage ich nicht, nein. Sterbt alle. Und jetzt sterbe ich. Fast bin ich gestorben. Du lebst auch noch. Junge, Junge. Jetzt geht's wieder ab. Oder auch nicht, denn alle sind schon tot. Schade. Ich wollte jetzt so einen Kunstbruch bringen, aber wenn alle schon tot sind. Ach, der lebt noch. Oh. Kick im Flug. Das Level ist hart. Das Level ist hart. Shit, sie tanzen einfach so nice Ach ja Nee, da kommt man wieder nicht weit Okay, nochmal ein Jump-Branded Echt, scheiße ist irgendwie in dem Spiel Ja Stellt mal schön vor euch hin Was soll die Scheiße, bitte, Mann Uh, nice, zwei auf einen Schlag Okay Das war's. Alter. Holy shit. Alter. Junge, junge, junge. Ich glaube, das war's. Jetzt wirklich. 41 von 41. Unlock new shoes. Kill 50 enemies. Kill 100 enemies. Okay. Let's unbox. Toridor Blasters. Charge up a powerful long distance kick. Die probieren wir doch gleich mal. Wenn's noch weiter geht. Geh noch weiter. Alter. Junge. Oh shit. Okay, neue Enemies. Okay, neue Enemies. Sieht so aus. Alter. Einfach durch zwei Räume durch. Junge, ist das nice. Das Game ist der Hammer. Nur weiss ich gar nicht, was passiert. Jo. Übertreibt. Übertreibt. Oh shit. Der war on fire. Der hat mich gekillt. Hat der hier ne Knarre gehabt. Wahrscheinlich schon, aber ich hab's ihm schon genommen. Und der Typ ist wieder explodiert. Gibt mir kurz die Schrotze her. Eine andere Waffe bitte. Ah, bloß drei Schuss. Der hat eine andere. Der hat mich noch erwischt. Ich hatte keine Knarre mehr. Also keine Uni. Oh shit. MB bitte. Danke. Was ist das für Chips? Keine Leckerin Chips auf jeden Fall. No Munition. Und No Weapon. Fuck. Der Typ im Mür. Das sind viel zu viele dort drin. Da hab ich mich selbst gekillt. Mit dem scheiß Fass dahinter. Können wir gehen hier. Ja, stirbt dort hinten, Alter. Ich brauche eine neue Waffe. Waffe bitte. Zwei Schuss. Eine Schrotze. Ja, keine Ahnung, ob das was bringt hier. Noch jemand? Noch jemand? Nee. Alter. Geht das hier manchmal ab? Nee, da braucht man echt eine Waffe für die Distanz. Kurz mal umlaufen. Oder auch nicht. Was ist das? Bloß ein Chatroom. really? Da war noch einer. Da war noch einer. Bye bye. Huhu huu. Shit. Manchmal ist der Kick fast ein bisschen zu overpowered. Holy Schmucks. Könnt das gerne mal unter euch ausmachen. Alter, wie die FPS gerade in den Keller gehen. Alter. Einmal kommen einfach 30.000 Leute da raus. Die FPS war gerade richtig im Keller. Oder... Ein Balloon. Kurz mal ein Bierchen. Alter, wie viele Leute hier drin sind. Oder hier drin waren. Besser gesagt. Okay, das war's. Nice. Ich hoffe, das war auch wirklich alles. 58 von 58. Earn 10 Medals. Get 30 Headshots. Nice one. Level 11. Narcotomy Tower. Ich glaube, das sieht ein bisschen nach einem Bosskampf aus. Gargicios. AufCH bee methodisch. Aufch below. Geheimatischen. Laugust. Den fooled. J%. Companies. widespread. 간rin. damn. Ja. hodge. Die Seite.